Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Mad Battle. Wir breiten heute unsere Flügelchen aus und fliegen hinaus in die Natur, wo es regnet und unser Staub dann abfällt. Nun können wir nicht mehr fliegen und verenden, vor allem nur nach Putz und ertrinken. Ja, willkommen zum Battle der Schmetterlinge. Willkommen zum Schmetterlings-Battle. Hätten wir auch machen können eigentlich, ne? Hab ich doch. Aber wir machen wie wir Jon-Battle mit den ganzen verschiedenen Mustern. Kann sein, dass sich was doppelt, aber vielleicht auch nicht. Bisher nicht. Nö. Guck mal, Eirich, hab... Okay, bevor wir irgendwas hier machen, welches Muster findest du am schönsten aktuell? Jetzt auf dem Feld? Ja. Oh, wenn ich es mal sehen würde. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich glaube... Entweder das... Ich glaube das Blau-Gelbe von dir ist das, glaube ich. Oder das hier. Oder das, genau. Ja, ich glaube... Ich glaube das Blau-Gelbe finde ich sogar einen Ticken besser noch, obwohl die Farbkombi eigentlich richtig krebsig sein sollte, aber es sieht ganz geil aus. Ja. Ja? Aber die sind alle nicht so schlecht. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen, ja. Lass uns loslegen. Papinella ist das schnellste, wobei das auch cool aussieht. Nein, gut. Ja, sie sehen halt alle nicht bad aus. Wirbelwind, Rippo, ciao. Gucken wir uns direkt das... Du bist zu schön für uns. Geh mal raus. Da ist Lamarine direkt, Alter. Der Star im Team. Der Star im Team. Ja, man kennt ihn aus Folgen wie Arena Battle 3, Folge 110. Zett Orkan trifft nicht. Okay, okay. Okay, Metaling. Let's go, Mann. Zerschneider. Ich zerschneide erstmal deine Flügelchen. Hä? Siggas an. Bruder. Ich hole mir meine Capis wieder zurück. Ich bin ein saugender Schmetterling. Ich würde jetzt gerne schon mal... Ich stecke meinen Rüssel in Angelegenheiten. Ich würde jetzt sehr gerne einen Steinagel trinken. Ein Steinagel. Steinagel in dem Battlechen kann ein bisschen schwierig werden. Nee, Quatsch. Giftpuder ist nicht cool. Giftpuder. Jawohl. Das ist nicht cool. Nein. Das ist nicht cool. Da hab ich gedacht, was hätten auch was besser. TM Puderabwehr. Du kennst es. Giftfalle. Giftfalle. Uh, Alter. Da hättest du fast jetzt zurückgeschlagen. Wär ich vergiftet gewesen. Nur fast. Ja. Schattenknochen. Knochen. Rapp. Pack den mal raus. Lamarine ins Gesicht. Ich wusste gar nicht, dass das was droppen kann. Siehst du mal, du Lauch. So, bist du bereit für Lamarines Set Orkan? Kein Stück. Kein Stück? Wenn jetzt echt der Set Orkan kommt, ne? Das wär nice. Das wird wehtun. Schmeichler. Okay. Wow. Wow. Da freust du dich, ne? Guck mal, du bist gar nicht so unschuld. Ich find schon, das blaue Muster ist hier schon ganz nice. Ja. Ich find, so ein bisschen mehr hätte noch gefehlt. So ein bisschen mehr Muster noch. Aber von der Farbe her ist es schon sehr cool. Warum bewegen die sich eigentlich alle? Hört doch mal auf. Ja, also irritiert übelst, oder? Sterben die eigentlich alle, wenn Regentanz jetzt kommt? Ja, eben. Ja. Deine Erträgen in der Pfütze waren. Vorstellungen vorhin. In der anderen. Fadenschuss. Alter. Ja, nein. Ey, guck mal, wie diese Pixel da immer abfliegen von dem Teil, ne? Von den... Die haben ja so Pixel-Augen und wenn die angreifen, fliegen da auch immer so Pixel ab. Müssen wir mal drauf achten. Wenn's ja nicht aufgefallen ist. Guck da zum Beispiel. Wir haben wieder Pixel. Da sind Pixel. Ja, stimmt. Da fallen wieder Pixel runter. Crazy. Groll. Oh, Metronomen wird um... Äh, ein paar Dings. 4 AP weniger. Verzweifler ist nah. Ja. Ja. Zum Glück hab ich meine ganzen AP Top, die ich eben noch übrig hatte, extra aufgehoben. Ich hab gar nicht gesehen, wie du dich umgedreht hast. Hört komplett identisch aus. Groll. Was? Da kommt die Rache. Jetzt 8 AP abgezogen. Easy. Auch 4. Nee, 4 ist, glaub ich, Maximum. Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Aber Gift ist schon mal ganz nett. Das gibt dir konstanten Schaden. Das sehe ich gerne. Ja, nee. Echt nicht. Und jetzt würd ich mal sagen, Metaling und Lamarine können jetzt langsam aber sicher mal finishen, oder? Metaling, Alter. Metaling. Konzentration. Einzigartige Animation. Ja. Die Augen sahen schon wieder sehr ähnlich aus, Alter. Schattenfessel, Alter. Du gehst hier erstmal nicht raus. Okay. Mit Pfeil und Bogen auf dich geshootet. Smedbo kann nicht mehr fliehen. Nein, Smedbo. Ja, ich würde mal fliehen. Ja. Catman. Warum? Smog nicht vergiften. Peace. Nicht vergiften. Oh, Crit. Crit of Doom. Spielt da jemand hier etwa die Scope-Linse? Ja klar, Lucky Punch. Nebstelle. Ah, jetzt nicht so clever von dir, oder? Gegen 4 Flug-Pokémon das einzusetzen. Tut mir sehr leid. Vielleicht hast du den Ruheort predicted oder so. Nee, eigentlich hab ich gedacht, dass Smedbo vorher die Earth-Anziehung cropped. Achso. Aber hat nicht so geklappt. Ist dein Plan nicht so ganz aufgegangen? Nee, leider nicht. Ja, Catman. Oh, oh. Mein Plan geht auf. What? Jetzt vergiftet du ja. Ja, das war's mit Papinella. Ja, ist okay. Der Spezialangriff von Vivillon dürfte relativ solide sein. Du bist solide. Oh. Oh, ja. Geil. Das bringt halt gar nichts. Ja, das Segesang ist so ein Kack, Alter. Ja, Mann. Ich hasse es so sehr. Phantomkraft. Ciao. Ja, Joey. Der Star bereitet sich vor für seinen großen Auftrag. Immer noch verwirrt. Für die Vernichtung. Bruder. Ja, aber du greifst dich ja eh nicht selbst an. Von daher. Trotzdem. Alles easy, alles easy. Drachenwut. Drachenwut? Ja, nehm ich erstmal. Oh, Metaling tankt das. Ja. Ich hoffe es. Wenn das der Zahn einfach gereicht hätte, wären das nicht so viele KP gewesen. Oh, das gefällt mir gut. Ne, ich glaube ich finde das zu bunt. Ne, das gefällt mir. Siehst so aus wie so ein altes Oma, alte Oma-Muster. Ja, ich bin ne alter Mann. Das ist gut. Du suchst auch so ne alte Oma für dich, ne? Für deinen Lebensabend. Schon, ne? Kampfgeboll. Alter, diese Vermietung macht mir ein bisschen Angst. Ja, das soll ja auch. Angriffssägen, Spezialangriffssägen. Aber jetzt kommt jetzt mal die Phantomkraft. Macht guten Schaden, Mann. Ja, dafür, dass ich... Ohne Crit. Okay. Ohne, ja. Ohne Crit hätte es jetzt nicht so krass viel gemacht. Konzentration schon wieder. Einzigartige Animation. Hats eigentlich danach nach der letzten... Ich bin immer noch verwirrt. Ich komme durch. Ich will es noch nicht mehr... Nicht verwirrt sein. Nie wieder? Nie wieder. Meteorologe. Ja, stell mal vor, Alter, es wird jetzt Sonne scheinen. Das wäre schön gewesen, Mann. Aber so tankt Lamarine das halt ohne Probleme. Tja, finde ich nicht gut. Sieht nicht so optimal für dich aus, gerade, ne? In der Hand. Drei Pokémon nur noch verbleiben. Smetpo sehr hart angeschlagen. Kudox unfähig. Unfähig? Ja, schon. Dann finde ich es aber frech. Anfallen. Anfallen. Guck dir an, vierfach resisted. Wow, stark. Oh, Alter, was? Das hat Damage gemacht. Warum macht das Damage? Tja, weil ich... Ja. Drei war... Oh, das ist vierfach resisted. Aber immer Crit. Ja, war fast gut. War fast gut. War gut. Vor allem war ich auf Minus 1. Aber ich hatte ja Crit. Also von daher... Nein, come on. Das trifft beide. Das trifft beide. Oh, shit. Oha. Ich würde sagen, meine Metalinge sind einfach besser als deine. Ja, definitiv. Definitiv. Ich bin nicht mehr verwirrt. Du bist nicht mehr verwirrt. Ja, aber vergiftet jetzt. Ja, das juckt mich doch nicht. Damit kann ich leben. Nehm ich jetzt. Vielleicht kriegst du ja eine Vitalglocke. Oder ein Weichei. Das ist mir ganz gut. Finde ich fair. Also ich nehme die Vergiftung und du kriegst die Heilung. Ist okay. Also zumindest die Heilung KP-technisch. Vergiftung darf gerne bleiben. Ne. Die Vitalglocke droppe ich auch gleich in der nächsten Runde. Ja, mach mal. Kannst du auch eine Flora-Code droppen? Ne. Warum nicht? Ne. Wäre doch eine nice Sache, oder nicht? Bin ich kein Fan von. Nicht? Bin ich kein. Ne, ne, ne. Nicht? Ne, 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 ne. Nicht? Guck mal, Pudox. Rekt dich jetzt. Pudox? Mit Weißnebel. Wow. Oh mein Gott. Weißnebel. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Es schützt vor Volltreffern oder so. Ja, aber gegendische Puppen werden in Weißnebel gehüllt. Keine Ahnung. Echt? Ist das so? Och nein. Ach, komm. Wenn Begrenzer kommt, weißt du, das Metronom-Berdel ist gefickt. Ist halt einfach so. Hä? Achso, das ist meins. Sick. Ich dachte gerade, du kannst noch Attacken einsetzen. Ne, ich kann nichts mehr machen. Ja. Und zusätzlich noch vergiftet ist natürlich eine nice Sache. Ja, Leute. Schreibt rein, was ist euer Lieblings-Vivilion? Guckt einfach mal im Poké-Wiki oder weiß ich wonach. Ich habe noch ein richtig schönes dabei, glaube ich. Ja? Ja. Was wird das denn so für Attacken einsetzen? Keine. Wobei, Lamarine ist halt echt schon fast tot. Also du kannst das jetzt schnell rausnehmen, potenziell. Dann müsste ich jetzt, wenn ihr Verzweifler immer draufgehen. Ich hoffe. Schäbenkraft. Ja, Schäbenkraft. Auch das ist so bitter. Du kannst mich einfach nicht treffen jetzt. Ich weine ein bisschen. Ja, würde ich an deiner Stelle auch. Vor allem ist das... Lamarine, das war super clever von Lamarine. Vor allem ist das einfach schon der hundertste Begrenzreut von dir. Der hundertste? Alter, übertreib mal nicht dein Leben. Ich hoffe, was ist denn los? Diese Sägesang. Oh, kriege ich wenigstens für jeden Hit ein. Und... Einzeilung. Ne. Vor allem... Ja. Hast du auch das hundertste Mal Schäbenkraft schon inzwischen? Was ist da los? Ja, das stimmt. Das war ungefähr hundertmal. Hä, wie du aber tatsächlich Metaling angreifst. Was gar nicht so gut ist vielleicht für dich, ne? Ne. Vielleicht hättest du eher das andere angreifen sollen. Ja. Was halt nicht getroffen hätte, aber hey. Das ist halt Bullshit gerade ein bisschen. Für mich. Ja. Ja, jetzt muss halt... Ja, Schäbenkraft wird dich töten. Also außer es greift das linke an. Dann überlebst du. Dann musst du mit beiden Verzweiflern meinen Lamarine angreifen. Und dann sterben beide von dir. Dann hast du ein Eins gegen Drei Battle. Ja. Das wird auf jeden Fall klappt. Okay, es geht sogar aufs linke. Das geht sogar aufs linke. Ne. Ne, doch nicht. Okay, es sah so aus. Ja, dann wird es schon kritisch jetzt. Sieht nach einem sehr guten Mad Battle aus. Ja, Volt Tackle ist gut. Ich nenne das Vernichtung. Reprostat. Ja, Vernichtung. Es steht 4-1. Unfair, würde ich sagen. Okay, es steht 3-1. Trotzdem unfair. Trotzdem unfair. Wäre gut gewesen, wenn der Volt Tackle von dem anderen, von Lamarine gekommen wäre. Kann man halt nichts machen, Alter. Kann man halt nichts machen. Ja, ist richtig traurig. Vielleicht hat er dein letztes noch irgendwie was Craziges auf Lager. Pavillon, wirklich. Ist krass, oder? Guck mal, das ist doch schön, das Muster, oder? Sonne ist das. Ich finde das schön. Ich glaube, ich mag die Farbkombi an sich nicht so. Aber es gibt halt kaum ein Muster, was halt richtig hässlich ist. Das fände ich schon nicht schlecht, definitiv. Ja, stimmt. So richtig hässlich nicht. Ja, Vergiftung. Ja. Und Quit. Fände ich ganz gut. Nee. Nee? Schade. Schade eigentlich, ne? Ja. Ja, dann wäre es endlich zu Ende gewesen. Ich kann halt nicht mal meinen Z-Move einsetzen. Das ist so traurig. Kannst du nicht einsetzen? Nein, kann ich nicht. Ah ja, aber gut, weil es dann auch nicht mehr Trommel ist, ja. Du greifst aber das Richtige im Endeffekt. Oh ja, Mensch. Das ist aber toll, Mensch. Und der Rückenwind ist weg. Vielleicht outspeedest du. Ich weiß gar nicht, wenn du mir 7 Kp drückst, ob du immer noch so viel Rückstoß kriegst. Aber wahrscheinlich, ja, ich glaube, der bleibt gleich. Ja, ich denke auch. So, Lamarine, Explosion. Dann willst du eins holen, nur für dich. Gegenschlag. Das resistest du vierfach. Und tankst es. Havi macht jetzt ne Heilung für mich. Komm. Ja. Okay, vergronen. Resistest du einfach. Ja, ähm. War fast ne Herausforderung für mich. Ja. Aber ich sag mal so. Die letzten Metronomen werden jetzt was alles verloren. Also ich gönne dir einfach mal was. Ich bin ja nicht so ein dreister Bastard wie du. Deswegen ist okay für mich. Ist okay. Hä? Als du gewonnen hast, hab ich auch gesagt, ich gönne dir das. Was? Jetzt tu mal nicht so, Alter. Was hast du gerade gesagt? Jetzt komm mal hier nicht hier so rum, Alter. Was hast du gerade gesagt? Was? Hä? Hä? Ich guck mal ein Part, wenn du... Wenn du das vielleicht hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kaukt auf jeden Fall bei Blocky vorbei. Denn da haben wir ebenfalls sehr bunte Pokémon eingesetzt. Und ich schwöre darauf, dass ihr dich auch sehen werdet. Von daher, schaut auf jeden Fall vorbei. Auf jeden Fall. Und wenn euch der Begrenzer gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Wenn euch der Begrenzer nicht gefallen hat, weil es langweilig ist, dann lasst mal einen Daumen nach unten. Richtig. Bis dann. Ciao.